Schau da, schau, hey, hörf, hörf, bleib stehen, da, hier, da, hier, bleib stehen, stehen bleiben, ok, da unten bauen wir ein Häuschen, oder? Da ist schon alles, da unten ist schon alles ziemlich gerade und da ist ein kleiner Wald. Ähm, da, da? Ja. Wo ich jetzt bin? So, ich stirb gleich, weil ich hab kein Essen da, gell? Ja, ich geh Essen suchen und du baust ein Erdhäuschen oder so. Da hast du das, da hast du Steine, und da hast du Stöcker. Bau ein Haus. Nimm die Sachen, die auf dem Boden liegen, sonst verschwinden sie. Kann ich Pilze auch essen? Nimm die Sachen, die auf dem Boden liegen. Ja, danke. Jawohl, ich hab sie. So, ich geh mal schauen, ob irgendwo Viecher sind. Es wird finster, scheiße. Naja, das geht ja schon gut los, sollte ich mal sagen, oder? Wirklich? Ja. Also vorher war es so richtig scheiße. Also wir haben schon hinter uns zehn Stunden lang durch ein Schneebiom, das nicht aufhörte. Hätte man nicht aufgehört, würde man auch immer drumrum und drumrennen. Okay, es gibt hier keine Tiere. Nicht essbares. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man, du sterb dauernd. Alter. Eine Wüste, hier ist eine Wüste. Und die ersten Monster sind hier. Da, was zu essen? Die ersten Monster sind hier, ja. Wir haben ein paar Problemen. Okay, ich bin noch nicht einmal mit dem Haus fertig. Oh, Zombie. Oh, zwei Zombies. Oh Gott, ne, mir alles fällt. Ein Zombie mit einer Goldrüstung, willst du mich verarschen? Echt? Ja, mit einer vollen Goldrüstung. Aber wenn ich den umbringe, bekomme ich die Goldrüstung nicht. Alter, und in den Wald kann ich nicht gehen, als in den Dschungel. Weil dann komme ich gar nicht mehr raus, wenn ich jetzt vom Unter verfolgt werde. Das ist ja blöd, gell? Hier ist ein, hier ist ein, komm her. Hier ist ein Dorf. Na. Doch. Das ist dann alles voller... Scheiße. Spinne. Scheiße. Ich habe nichts mehr zu essen, Basti. Wenn ich jetzt da rausgehe, dann stehe ich fix. Ich werde von einer Spinne verfolgt. Ich habe größere Probleme. Nein. Oh, scheiße. Schweine, hier sind Schweine. Ah, Spinne. Ding, was schnell vorbei ist. Genau. Bist wahnsinnig. Ja. Nein, scheiße. Nein, scheiße. Ähm. Ne. Mist. Was mache ich jetzt? Die Spinne bringt mich gleich um 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 die Spinne bringt Okay, warte, ich versuche ein paar Schweine zu bringen, umzubringen und dann komme ich zu dir. Ja, okay, passt. Bitte. Scheiße, da ist das Skelett. Das Skelett hat mich gesehen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Guck mal. Dein erstes Vergehen. Ich glaube, es hat mich gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Panik. Ich bin neben einem Lavafeld. Mist. Wenn da ein Creep ist, ich bin am Arsch. Toll, das ist die spannendste Folge aller Zeiten. Ich verkrieche mich im Erdboden und habe nicht mal ein Bett. Ja, und ich habe kein Holz. Ich kann nichts machen. Ja, wo soll ich hin? Sag deine Koordinaten. 3, 2, 1 ist X. Gott. Wo bist du? 4, 8, 2. Ja, das ist eh nicht weiter. Bist ich gerade da? Und Z ist 5, 4, 0. Was hast du jetzt gesagt? Ich meine, ich laufe da gerade was da. Ich kann gar nicht laufen. Das kann ich vergessen. Ja, egal. X ist 3, 2, 1. Z ist 5, 3, 9. Was, ich kann nicht laufen. Ja, und? Ist ja scheißegal. Dann mach einen Bogen ums Skelette. Es ist einfach der Haus. Es ist alles um mein Haus voll. Du hast, dann bleib im Haus, wenn du ein Haus hast. Ja, habe ich, aber jetzt nimmst du noch schlafen. Skelett. Zombie. Oh, scharf war das. Okay. Nein. Ja, ich chill dir mal, oder? Ich bin 4, 8, 4, 4, 5, 8. Der Zombie hat mich gesehen. Scheiße. Ach, ich kann ihn aber töten. Ein Schwein. Da ist ein Schwein. Ich bin das Schwein. Nein, nein, nein. Boah, Skelett. Okay, ich kann nichts machen. Bei mir ist alles voll ein Zombies. Ja, bei mir ist ein Skelett und ich bin neben Lava. Und schon wieder gefickt. Alter, was soll das? Wenn mich das einmal trifft, ich bin am Arsch. Ich habe 4 Herzen, wie viel hast du? Ich habe noch alle. Aber nichts zum Essen, also wird es gleich weggehen. Ich erwische das Skelett auch nicht. Den Stein hinter dem Skelett kann ich anpassen. Oh, das sind 2 Scharfschild. Nein, nur 3 Herzen. Oh, das belastet mich jetzt. Ich habe das Skelett getötet. Ich habe einen Bogen. Wow. Und hast beide, ja? Einen. Damit werde ich die Welt durchspielen. Ja, dann komm jetzt einmal zu mir. Komm zu mir, du hast mehr Leben. Ich habe 3 Herzen. Es sind alles voll ein Zombies draußen. Zombies sind langsam. Okay, ich gehe los, okay? Und das Skelett kann ich auch nicht. Wohin? Scheiße, und schon hin. Was? Scheiße, wohin? Ich kann mein Ding und die Koordinaten nicht einschalten. Warum? F3? Ah, jetzt doch. Oh Gott. Okay, wohin? X323. X323, okay. Nein. Bogenschütze, okay. Das werde ich jetzt schaffen. Dann lauft um... Oh, ein Enderman. Ich kann nicht laufen, Basti. Ich bin im Dschungel. Du bist im Dschungel? X. Ja. Nee. Was war das andere? Und Z562. Achso, deshalb bist du im Dschungel. Verstehe schon. Oh Gott, da bin ich... Wo bin... Was ist denn, wo ich gehe, gell? Du brauchst eigentlich nur von deinem Haus aus... Da sind mir... Nein, Basti, es sind da zu viele Leute. Von deinem... Dann geh zu deinem Haus zurück. Ja, geh ich gerade. Also, geeinig, geeinig, geeinig. Boah, drinnen. Puh. Fünf. Boah. Ich mache jetzt da eine wagemutige... Ihr fünf Herzen noch. Ich habe drei Herzen. Und trau mich jetzt da zu dir zu gehen. Ich weiß, wo du bist. Und da sind Skelette überall, Schafe, alles voll. Ja, er weiß, es ist alles voll. Ein Enderman, eine Spinne. Der Enderman ist auf einmal weg. Scheiße, den habe ich nicht angeschaut. Aber das Dorf ist leuchtet so schön farbenfroh. Die Sonne geht auf, die Sonne geht auf. Die spannendste Nacht. Aber so war das früh immer. In den ersten Versionen von Minecraft hat man, wenn man sich noch nicht auskannt hat, hat man zuerst sich panisch in einer Erdhütte versteckt und hat nicht schlafen können früher noch. Weil früher hat man ja gar nicht schlafen können. Ja, aber wie ist das, warum man mit Scheiben und einem paar Holz abbaut. Nur Holz halt. Also weil du alles für den Ring ausgeben hast müssen, gell. Ja, weil du dauernd extra Wünsche hast. Alter, hier ist ja gar nichts. Was redest du für ein Scheiß? Was? Hier ist ja nichts. Oh, wo bist denn du überhaupt? Ja, im Haus drinnen. Ach, da hinten ist das Haus. Hoppla. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, weil da fehlt die Welt. Achso, da ist ein Creeper. Ich würde nicht aus dem Haus gehen. Boah, ich wäre da fast runtergeflogen. Hast du einen Ofen? Oh, der Creeper. Oh. Nein, habe ich nicht. Erst mal machen. Oh, lass mich rein. Nein. Oh. Oh, ein Leben, ein Leben, ein Leben. Ich kann nicht glauben. Wir haben eine. Was ist die denn? Wir haben eine. Ja, wie denn? Da ist alles voll mit Creeper, Zombies und Skeletten. Ich habe nur noch ein Herz. Die Mama hört mich, wenn ich so weiter schreie. Okay. Achso, jetzt habe ich das gesagt. Da hinten, neben dir. Achtung. Hinter dir, hinter dir. Scheiße. Ich habe nur noch eine her. Wo bist du? Wo geht's rein? Da, da. Da, eigentlich. Oh, oh, oh.